Endlich haben es die Weiber geschafft, die Rollen der Schnecken grundlegend zu verändern. Diese Dunstabzugshaube ist einfach ein Traum. Der Bad rauen die Mädels jetzt tierisch auf die Sahne. Ja, du findest ja wohl an, weil die Schläge nur von Bäumen raufkommt. Was ist los? Ist die Zaumstum oder was? Und selbst im Straßenverkehr haben die Schneckeneuchstüge bei Weitem überholt. Na also. Dann geht dich zu blöd zum Wenden, ne? Hatsam. Da war eine Mauer. Und endlich haben die Mädels Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt. Tippi will ein Eis. Und nun, voll emanzipiert, wollen wir an die dicke Kohle ran. Und zwar ohne Gnade. Der sieht doch aus wie ein geiler Hirsch im Dauerwolf. Zeit an! Na mercy! Da hängt die Vorwaltstraßen lang und dann wird es kurz wieder. Bums. Bums. Come on. Na mercy. Sie können jetzt gehen. Komm. Los, verschwinde hier. Aber ganz schnell. Dumm gelaufen, Baby. Jetzt sind es leider nochmal 50.000. Was machen die denn da? Zack, Zack. Wir brauchen die Videobänder, die Fotos und die negativen. Was du wollen? Zack, Alter. Ich muss nicht sein. Stella. Ihr kommt gleich gegen unsere Abmacher. Niemals an die guten Männern. Fuck. Du bist mir noch was schuldig. Ich helfe dir, ja? Ey, alter Zweck, ab. Einsatz. Zamba, Zamba. Wamba, Zamba ist Pille, Pille. Ah! Himmlische Weiber, was bilden die sich ein? Ohne Skrupel. Ohne Eier. Ohne Gnade. Die sind aber kloppt.